Hallo? Hallo? Was machst du? Ich sitze gerade auf dem Pott. Oh, ja lass GTA zocken. GTA lade. Ja, die GTA triggert halt rein, weil es so lange lädt. Aber World of Things triggert noch mehr rein. Punkt für Penny. Oh, da ist mal Jungs. Ui, was haben wir denn da Jungs? Aha. Aha. Was hat denn der Algo da? Oh, der hat direkt Schrott gelassen. 12 Sekunden später. Ach, da ist er. Moin, Penny. Ach, Penny mit seiner Schrottkarte, der kommt doch nicht voran. Warte mal bis der Algo kommt hier. So ein Ding ist das nicht. Uuuuh. Du fahren, setz dich durch. Kappa. Ah ja, Jungs. Da fühle ich mich in Ruhe. Moin. Servus. Moin. 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 Servus. Moin. Ganz genau. Moin, Moin. Wo ist denn Penny, Blair? Moin, Servus. Aha, da ist er da. Gehen wir erstmal Chips kaufen, damit man einen schönen Abend hat, ne? Bild runterdrückt, Digga, dann kannst du sehen. Ich habe auf Schwarz gesetzt. Schau mal ein bisschen, vielleicht hängt der. Hört der ja gleich auf. Gaaah, da ist er. Boah, da ist kein Echtsgeld, Digga. So, 4000, Blair. Da bin ich wieder. Algo ist back on the track, Jungs. Huch. Wieder ein bisschen Druck aufreift. Hahahaha. Wohin saß du, Digga, auf dich ein Kopfgeld ausgesetzt. Glaubere doch nicht. Ich schwöre auf alles. Glaubere doch nicht. Bei dir war ein Kreuz, Digga. Ahja. 3000, danke dir. Ahja, bei mir war ein Kreuz. So Penny, mach mal hier frei, was machen wir jetzt, Penny? War eine Ahnung. Huch. Loi. V-Mann, Digga. Jungs, hast du gesehen, wie ich dich gesnipet habe? Ach, ich lasse mein Leben, Digga. Oh, ne Panzerfaust, ne? Zeig ein, Algo. Ach, der Huren. Innen saß du, du Huren. Hahaha. Zeig ein, wenn du kannst. Oh, raus. Let's go. Ladezeiten, 20 Minuten. Spielzeit, 10 Minuten. Da waren wir doch schon mal, glaub ich. Das war so arsch schwer. Ja? Bei der Range da, weißt du? Oder? Ja. Kack mal. Muss ich fahren? Doch. Ich fahre. Ich fahr. Oh, ich steige. Höhöhöhöh. Hey, Digga. Safe. Klar, natürlich kannst du aussteigen. Ja, aber wir müssen sie akkutieren. Ja. Ja, Tio. Aber wir sind doch zu dritt. Da kann einer uns ne Karre mitnehmen. Dann nimm doch die deine Karre mit. Ja, dann fahr einer von euch. Ich bestell dir die Panzer ne Karre. Ja, da ist doch einer. Der Einsatz steht da vor dir, Bled. Okay, let's go. Ach, dieses Chinesische, da krieg ich Hunger auf Asianudeln, Digga. So'n Ding ist das. Ding, fahr ich mit der scharfen Schnalle hier. Ja, 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 ja. Digga. Der führte Algo. Juhu. Juhu. Der führte Algo. Juhu. Ganz genau. Nimm das, äh, Digga. Wollte, Digga. Ey. Oh, f***. Du hast mir das Auto vor die Karte geschoben. Oh mein Gott. Ich... Oh, ne. Ja, Digga. Versch doch mal von vorne. Algo, Algo. Ich hör meinen Namen. Der ist erst da. Die Liefer. Jungs, ich bin halt im Wasser jetzt. Re-Rap. Lost in Paradise. Hä? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Chaos? Fahrzeug? Ja, das ist weit im Wasser. Ach. Immerhin 1290. Das ist jetzt schon mein Erster am Dreh im Casino, Jungs. Oh, jetzt geht's los. Hä? Was haben wir jetzt gespawnt? Das ist aber hier, genau. Ja, Digga. Weil unten, hä? Nice. Mein Auto... hä? Mein Auto steht hier unten, Digga. Die Mission ist abgebrochen, glaub ich. Ja. Die Mission ist abgebrochen. Och, nein. Dann morgen. Junge, in meiner Ausbildung, die Maschinen, wenn die produzieren, dann machen die ja immer, ne, also vor allem hier, wenn die Wasser und so benutzen, dann ist ja immer Ablagerung und so. Und da haben jede Firma halt unterschiedlich, auf jeden Fall bei der Firma, wo ich gelernt hab, die hatten dann so ein fettes Becken, wo dann unten sich der ganze Matsch immer gesammelt hat. Da haben die immer alle zwei, drei Jahre, machen die das dann leer. Und dann ist unten so übelste Matschepampe drinne. Ja. Ja. Und alle zwei, drei Jahre, da haben sie ja auch immer alle zwei, drei Jahre einen Stift, ne? Da darf der Stift immer da unten reinkrabbeln und darf die Scheiße ausmachen. Alter. Ich hab gekotzt. Ich hab echt fast das Kotzen bekommen, ey. Das hat gestunken da drinne und vor allem... Oh nein. Nein. Nicht da, bist du tot? Ne, aber ich bin im Wasser. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin im Wasser, tut mir leid, Jungs. Ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf alles. Guck's dir am Spreemart, Dinger. Oh Mann. Dinger, ich schwöre auf, es war nicht gewollt, Bruder. Jungs, Penny, hol die Karre, Digger. Hol die Karre, Penny. Ey, Mann, ich muss doch die Heli runterholen. Ach, scheiße, stimmt, Digger. Karre steht vorne, ne? Da fliegen schon die Typen, aus der Bude reist. Musst du den Karren? Ja, 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 ich hab die Karren von Penny, gut. Warte, kann ich einfach einsteigen? Ja, kannst du eigentlich. Hä, wir müssen erst mal zurück zu Penny, Digger. Ja, dann fahr doch hin. Müssen die jetzt erst mal alle killen, bevor das was wird, ne? Oha, ich hab die Karren von Penny, gut. Ja, ähm, hallo? Das ist die Sperre. Oh, das ist der. Intersorten, tust du denn, Bruder? Fahr die Karre jetzt hier raus. Sonst fahr ich vor und locker einfach mal. Das gefällt mir, Digger. Achtung! Warum kann ich hier eigentlich nur die Sandwaffe nehmen? Das kotzt einen an. Oh mein. Oh mein Gott. Intersorten. Die Helps, die Fickle uns an. Intersorten, fahr ich bin ziemlich lohlo. Ich kann nicht fahren. Ja, die Gegner sind down, die kommen jetzt hinter uns. Ich geb Vollgas, aber die Karren lenkt auch ein Stück fast. Digga, guck dir mal vorne links, Alter, der auf den Reifen blirrt. Behindertenparkplatz. Da seh ich mich. Da seh ich mich, Digger. Das war's, Chef. Besser ist das, was wir bestanden haben. Easy, easy. Na ja, 15.000. Come on, come on. Idiot von Judah. Ta ja, was du gut. Hier rwei kunstensje. Wir brauchen jetzt Büro.